So, das war ne Bandicam, das mir Bescheid hat, dass meine Zeit oben ist, so. Neu auf, nochmal gestartet, jetzt geht's weiter, jetzt fahr ich hier wieder runter. Jetzt geh ich, jetzt geh ich da hin, wo ich hingehen wollte und dann, ja. Wie lang war das? Ich will so ein Skelett wieder mal. Ich muss zugehen, und so allmählich stören mich diese Dinge hier. So, ich guck mal hier nochmal weiter, weil ich will langsam mal echt hier die letzten Schallplatten, boah, komm her, 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 komm her. Nein, scheiße. So, danke. So, willkommen to... Psycho. Ah, hier sehen wir, hier haben wir noch eine Soundbox. Nein, nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder, ey, ganz ehrlich, die nerven mir diese Creeper. Ist hier noch einer, ich hab echt keinen Bock mehr auf diesen scheiß Creeper. Boah, nicht schon wieder hier, verpisst euch doch alle. Na. Boah. Wede Scheiße hier, so, pisst dich, pisst du dich auch, und du ebenso, und du auch. Boah, verpisst euch doch alle mal hier. Boah, jetzt höre ich schon die nächsten Gegner, meine Güte. Wo bist du, Spinne? Nein, immer noch nicht. Nein. Irgendwo ist... Ey, irgendwo zur Helle ist nicht noch ein Bogen. Was ist das hier? Also langsam krieg ich Schiss. Hier so ein Psycho-Horror-Trip durch... ...Ratcher. Aua. Ach, hier war... Ey, wir waren hier überall schon mal. Die Frage ist jetzt nur, wo ist hier weiter, aber gehen wir, wir werden jetzt mal ganz kurz zurück wieder in die Haupthalle, die anderen Schallplatten finden, und wir haben jetzt schon einiges aus Rapture gesehen, nun. Ja, nun, wo gehen jetzt hier diese Gleise lang? Führen nämlich irgendwie in die Irre. Oh, hier ist noch einer von euch. Hier, davon haben wir genug von den Pfeilen, die ich manchmal so platt hier, die Minister... Oh, hier haben wir noch ein Zombie in der Mitte drinnen. So. So. So, cool. Hier, diese ganzen Dinger hau ich hier mal raus. Und hier... Diese ganze Creeper-Scheiße auch. Ah, jetzt. Gerade, wo ich Creeper erwähne, ja. Das ist lustig hier. Ich mach echt per Bogen platt. Cool. Wo ist der andere? Hinten ist der andere. Komm her. Ey, die Musik, finde ich, passt total hier dazu, was wir gerade tun. Oh mein Gott. Ist der halt der Creeper? Oh, ey. Yes. Du stirbst so. Komm her. Haha. Ihr seid alle tot. Jetzt sind wir wieder hier. Alter. Ich renne uns ja schnell durch diese U-Bahn-Station. Ach, diese hässige Spinne von vorhin. Ich geh einfach jetzt hier lang. Einfach hier lang. Die U-Bahn-Stationen müssen noch mal eine Endstation haben hier. Oh, 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 oh. Freide. Da. Oh, oh. Ha, ha, ha. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Hahaha. Na, komm. Ha, ha. Na, ey, komm her. Schallplatte 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 Okay, hier geht es nicht weiter Diese Rüstung ist fürchterlich Das ist noch eine Werkbank, wie viel Eisen haben wir denn für ein neues Schwert Geht gar nichts Boah, ich zahle Nein 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 Du boah Piss dich Verpiss dich Verpiss dich Wo ist der andere Wo ist der andere Verpissst du dich auch Nochmal draufhauen und noch einmal und Alter, wie verhälst du aus? Oh mein Gott Zur Hölle, hier waren wir schon Wo gibt es Reis? Ich verstehe, dass es irgendwo Reis gibt So, hier geht es zur Lobby Steht ja da Rapture Rapture Verdammt Verdammt Nein Das dauert sich noch lange Wo geht es denn nicht mal raus? Hey komm schon So So Hahaha Du Erbsenhöhen Haha Der kann mich mal hier So So Ich bin hier mal dran Nein Alter Nein ganz ehrlich, den gönne ich mir jetzt nicht